Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Achtung in die Kurve. Leider noch mit mir, denn wie immer Ton ist es wahrscheinlich gerade ein bisschen zu laut. So, ich mache den Ton erstmal leise und dann fange ich an mit Labern. So, so ist der Ton für mich in Ordnung. Ich hoffe, dass er für euch auch in Ordnung ist. Ich spiele eine Runde Achtung in die Kurve, denn ich habe erstens einmal Lust auf das Thema, seit langem mal wieder. Und zweitens ist heute Freitag für euch und am Montag wird es losgehen mit einem neuen Projekt, was wir schon mal hatten, bloß in einer alten Version. Vom einen 2012 habe ich ja gemacht. Ähm, seit 2014 geht es am Montag weiter. Beziehungsweise geht es los. Ich habe gerade es schon drauf gemacht, also schon... Ich hatte es mir hervorbestellt und habe es schon mal vorgeladen. Das heißt, ich kann dann direkt anfangen mit... ...zocken, weil ich dann Freitag von der Spätschicht kam. Das ist in dieser Runde, das ist einfach bloß noch als der Toten. Wie, dude, mein Still ist. Ja, und ich habe jetzt mal meinen Timer gestartet, deswegen war es so ein bisschen dumm gerade. So, tut mir vielleicht die Quartierung ja nicht so lange gedauert, und dann noch eine Runde mit den Typen, die ein bisschen besser sind. Weil das sind, glaube ich, alles Leute, die... ...nicht so die Besten sind. Schade. Weil er die Lütte gemacht hat, ansonsten sind wir uns genau die Küsst. Ich habe mich gerade ein bisschen konzentriert. Immer noch dasselbe Problem. Es lenkt einfach zu stark ein. Ah, 1095. Ja, die sind alle. Schlechter als ich. Was heißt, eigentlich müsste ich die fertig machen, aber es sieht bis jetzt nicht danach aus. BAH! Schade, da habe ich mich nicht ganz sehr traut da reinzufahren, weil er sonst Dichte macht hätte. Ich habe es versucht mit Notkurva, aber bin da nicht durch meine eigene Lü-dü-dü-dü-dum. Das wird meine Sch-meiner. Oh, da wollte ich eigentlich... Dieser Boden hier, den habe ich nicht gefahren. Das ist automatisch durch Tastatur oder Spiel passiert. Okay, der Grüne ist zwar ein Gast, aber wahrscheinlich ist es schon ein bisschen zu spät, aber das war du. Gut. Das nicht so eng machen, oder? Ich kann das nicht mehr. Da unten um eh nicht nochmal rum. Ah, ich komme da schon nicht mehr durch. Wenn ich nicht weiter bin, verliere ich wahrscheinlich Punkte. Das ist die Tate. Das ist die Tate. Ach, Mann, du. Ich glaube mal, jetzt lauter mit meinem Platz. Oh, das wäre so möglich gewesen. Jetzt ist es extra nach unten gefahren, oder? Nee, da. Ich dachte aber, es ist jetzt extra nach unten gefahren, nur um mir alles zuzumachen, aber Platz einteilen hätte man auch besser nicht gekriegt. Der Grüne zieht so ein bisschen weg gerade, das erfällt mir nicht. Läuft bei dir und das aus. Ach ja, die schöne Törfiebermusik. Läuft bei dir und das aus. Läuft bei dir und das aus. Ich habe niemals so einen großen Boden gemacht. Weiß nicht, was wirklich in der Tastatur liegt. Das Problem habe ich ja nun immer gehabt. Nur 939, das ist mir nichts weiter. Ah, das ist harter Edelon. Wie soll ich jetzt 10 Punkte aufhören? Oh ja. Das wäre sinnlos gewesen, dass du nötig eine Länge zu ziehen. Die 939, das war natürlich der Power-Ups da, oder? Dann haben wir da jetzt auf jeden Fall eine Runde mit Power-Ups dran. 10 Punkte erreicht. 10 Punkte erreicht. Leave. So. So. Wollt ihr mal rein? Ja. Sind eigentlich alle so und da drehe ich wie ich. vom Wunschten her. Und wenn ich nochmal in Premium Power-Ups. das wird geübt. Nummerher. Ich habe mehr Tüb. Ich habe mehr Tüb. Ich habe mehr Tüb. Aber wir warten jetzt unbedingt noch auf den achten oder siebster auch ok. 5 4 3 2 1 Das ist so blöd mit der Stimme. 5 4 3 2 1 5 4 3 Ja komm schon, seid ihr so dumm dazu oder was? 5 4 3 2 6 4 3 I just won the play! Wir entscheiden nicht jeder hier aus der Runde. Eigentlich noch zu spielen in 1517. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, Stopp! Oh mein Gott, es geht los! Nach wie vielen tausenden Versuchen? Oh, wie hieß das? Habe ich den Grün mitgenommen? Okay, der Einer hat viel mehr Bund. 1.500, 1.200, 1.700 fast, 1.600 fast, 1.400. Okay. Mal gucken, wie gut ich ankomme. Mal so, dass ich so führter oder besser werde. Das wäre verdammt gut. Meins, 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 meins! Nein! 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 Oh nein. Es lenkt viel zu stark ein. Nur so ausgehört, dass ich dann durch die Lüge nach oben trenne. Nee. Jetzt schon so lange wie sie die Lüge. Zum fünften. Ah. Ach. Schade. Ich hatte wahrscheinlich durch die Tür, wenn ich nicht geredet hätte. Die beiden würde ich auf jeden Fall hinter mir lassen. Die haben ja ein bisschen mehr. Ich glaube der eine hat ein bisschen mehr Punkte. Der hat mit 1200 irgendwas oder so. Den einen mit 1100 lasse ich auf jeden Fall hinter mir. Der hat 1305 und ich habe 1310. Dann kommen alles Leute die eigentlich besser sind als ich. von der Punza-Seminist. Von der Punza-Seminist. Hm. Komm, komm, komm. Ach. Ich bin gleich nach drüben gekommen. Oh, das ist alles relativ englisch zum zweiten. Das ist gut. Ja. Ich habe zwar null Punkte, aber durch mich hatte erst wenigstens plus einen Punkt bekommen, den ich so bedrängt habe. Das ist das eine, was man wenigstens für eine Nutterrunde in so einer riesigen Gruppe. Ah. Komm. Ja. Die drei Punkte bekommen. Mit dem Pinten war er fast gleichzeitig der Sturm. Ah. Sechs Punkte. Ah. Ja. Dann mal ein bisschen Abstand zu den dunklen blauen Punkten. Welche fahre ich denn jetzt eigentlich weiter? Ach, nicht mal den, ja. Ja. Dann trotzdem bloß einen Punkt bekommen. Jetzt ist es mit der Massensterben hier. Jetzt ist es mit der Massensterben hier. Ja. Ach, Mann. Noll. Ah, jetzt wird ein netter Applaus über mich noch gedreht. Jetzt noch mein Endspurt hier, ein bisschen mal noch in die Winden oder so. Hau den mal nicht auf die Nerven. Schade. Wird wahrscheinlich auf ein Duell zwischen dem Dung der Blauen und mir hinaus kommen. Ja, geh mal noch mehr auf den Pisser. Ah, das ist fies. Aber der Orangener hat trotzdem noch die Wind dadurch. Krass. Ach, nö. Jetzt hat er zwei Punkte aufgehört, aber... Was ist das eigentlich für ein Item hier? Ist das ein Platztausch? Was ist das ein Platz? Ja. Wird das ja schon eigentlich auch nicht möglich? Ist das ein Platz. Ja. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Das gibt's, jetzt krieg ich wieder Nullpunkte. Einfach bloß die Scheiße. Ich schaue da links zu hart ein oder das hängt mir ja auch nicht ein. Jetzt wird der sterben und wir wollen ja auch eine Cut-Runde. Wenn ich immer in den entscheidenden Momenten gefehlt habe. Wenn du durch meine Rotz-Tastatur oder mit dem Rotz-Spiel oder was ist Licht? Naja, halten wir fest, den Stil den ich nicht mehr hatte, das bisschen was ich hatte ist auch noch verfluten. Ich bin in dem Spiel ein Top-Letter-Nukte geworden. Wir tun vielleicht, das machen wir irgendwann mal da eine Runde mit den anderen. Aber seht ihr da, die haben keine Worte mehr auf das Game. Also, die haben mal nichts machen. Am Montag geht's mit dem neuen Projekt weiter mit V1 2014. Ich freue mich auf das Spiel und haut rein!